und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen mit freundesgepflegten klemmersteinbaus wir haben uns hier auf diesem kanal ja schon einige playtif sets angeschaut und auch aus der lucky look reihe haben wir uns schon die kleinsten sets vorgenommen und die ich nenne es mal zweitkleinste preisstufe haben wir hier auch auf dem bautisch uns zusammen angeschaut und jetzt geht es in die nächst größere stufe und zwar in die 21 euro 99 stufe und da ist ein set besonders oft im laden liegen geblieben hatte ich das gefühl und das ist die postkutsche 239 teile haben wir dabei zwei figuren und vier pferdis und ich glaube dass ich bei diesem set schon bevor ich es gebaut habe irgendwo das problem sehe warum es doch verhältnismäßig oft liegen geblieben ist im laden aber das möchte ich natürlich nicht jetzt schon verlautbaren sondern wir gucken uns das set erst an gehen da so vorurteilsfrei wie möglich rein und dann reden wir über die qualität die verpackung ist genauso gestaltet wie alle anderen playtif clippies lucky look sets auch auf der rückseite und den anderen seiten gibt es wieder die tausenden verschiedenen sprachen mit dem unterschied dass es hier dann zumindest noch mal zwei fotos von dem set gibt aber die meisten von euch die verpackung sowieso schon kennen von dem da gar nicht mehr zeit ich mache das ganze auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an bei den teiltüten sehen wir direkt wir haben zwei bauabschnitte ich werde aber wahrscheinlich direkt alle aufreißen und durchbauen und auch ohne zwischenbauschritt bauen denn sind wir mal ehrlich bei 239 teilen können wir uns sicherlich den zwischenbauschritt sparen über die steinequalität reden wir wie immer wenn das ganze dann auch gebaut ist dann haben wir wie immer den von ihr liebevoll beipack zettel genannten zettel der mit dabei ist zu risiken und nebenwirkungen fragen sie die packungsbeilage und lesen sie ihren arzt oder apotheker und natürlich die anleitung diese ist genauso gestaltet wie die verpackung sie ist klammer gebunden die papier und druckqualität ist auf jeden fall völlig in ordnung da mache ich mir keine sorgen es wird verblasst dargestellt was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird dann in vollfarbe dargestellt wie auch die tüten ist die anleitung in zwei bauabschnitte unterteilt ich finde es immer schön wenn hier noch mal abgebildet wird was man wirklich in dem bauabschnitt baut und insgesamt haben wir 62 bauschritte auf 15 seiten verteilt bis das ganze fertig gebaut ist und dann kommt noch einmal die teile liste ihr könnt euch das video wie immer gern anhalten wenn euch das näher interessiert die rückseite ist mal wieder designfrei ich baue jetzt auf jeden fall drauf los und wir sehen uns gleich mit der fertigen postkutsche wieder und da steht sie die playtif clippies postkutsche eine postkutsche passt in eine western welt eigentlich wie die faust aufs auge und versteht mich nicht falsch die hatte auf jeden fall auch ihre momente ich glaube aber dass ich meinen gedanke warum dieses set doch eher zum ladenhüter geworden ist auch hier nach dem bau bestätigt hat als erstes bauen wir die kutsche ohne dach und das war für mich der highlight bauabschnitt von diesem set denn die kutsche ist durchaus interessant konstruiert hier sind natürlich keine bahnbrechenden bautechniken dabei keine frage dafür ist das set zu klein aber gerade um zu sehen wie funktioniert baurichtungsumkehr gut welche bautechniken gibt es neben dem stumpfen steine aufeinander stecken noch da hat die postkutsche einen wirklich guten job gemacht denn die konstruktion vorn mit der deichsel sowie die restliche aufhängung und diese seiten hier war durchaus interessant wir haben damit baurichtungsumkehrern und lampensteinen gebaut das war auf jeden fall nett hat mir soweit gefallen und im zweiten bauabschnitt konstruieren wir dann erstmal das pferdegeschirr um die hier vor die postkutsche zu spannen und danach bauen wir das dach und da haben die probleme für mich angefangen denn plate ist besonders in der lucky look reihe für eine relativ schwankende steine qualität aufgefallen und hier hatten wir wieder steine die sehr fest zu verbauen sind meines erachtens schon zu fest und das ist natürlich doppelt schlecht bei einem set was ja von kindern als spielset gebaut werden soll dasselbe gilt dann auch für die sie klemms ich meine sie klemms wunderbar wenn die eine gewisse friktion haben und das nicht irgendwie labbrig ist sondern sie erst mal etwas fester sind die lassen ja auch mit der zeit nach aber in diesem fall sind die sie klemms wirklich so fest dass man es kaum noch gut bewegen kann und wenn man dann mit der kutsche spielen möchte dieses ganze gespannt dort vorne sehr sehr linear läuft sehr sehr steif und das macht relativ wenig spaß davon abgesehen ist die steine qualität okay sie ist zumindest konstant fest also wir haben hier keine großen ausreißer und vom aussehen sind sie auch gut wir haben aber relativ offensichtliche angusspunkte das haben ja sehr sehr viele hersteller wenn wir jetzt aber weiter denken vom spielwert dann könnte man ja sagen okay dieses ganze gespannt für sich ist zu fest ich nutze vielleicht nur zwei pferde dann kann man mit der postkutsche schon mal besser spielen meiner meinung nach und jetzt wäre es natürlich cool wenn man die pferde noch einmal anders nutzen kann denn generell wäre dieses set ja auch zum ausschlachten für die pferde nicht die schlechteste idee auch wenn wir da auch noch zu einem kleinen punkt dann kommen werden aber dann hätten hier sattel oder zumindest steine zur vervollständigung der pferde dabei sein müssen und die sind leider nicht dabei also könnte man entweder das pferd noch mal mit anderen teilen vervollständigen wenn man hier das gespann auflöst oder müsste noch von irgendwo anders her sattel nehmen und das finde ich doof gelöst und ich finde hier hätte auf jeden fall blähte die fehlenden steine um das aufzulösen mit reinlegen sollen und das ist auch der nächste punkt warum ich denke dass dieses set etwas zum ladenhüter geworden ist und das ist der preis das set kostet 21 euro 99 das ist erst mal nicht super teuer keine frage aber playtif war für mich schon immer eine marke die vor allem durch ihre sehr sehr niedrigen preise einen großen pluspunkt hatte und da fällt dieses set raus meiner meinung nach in der allgemeinen playtif einpreisung und auch in der playtif lucky look einpreisung denn wir haben hier vier pferde okay die aber eigentlich nur in der postkutsche verbaut werden können außer man hat noch andere steine oder sattel für die pferde schon zu hause und dann hat man eine relativ filigrane wenn auch schön gebaute postkutsche aber so viel ist hier jetzt nicht dran und bei 230 teilen muss man auch bedenken dass hier oben sehr sehr viel mit kleinen steinen los ist was natürlich auch viele steine frisst und deshalb verliert dieses set für mich diesen einen punkt was playtif immer noch mal zu etwas besonderen gemacht hat und zwar das preis leistungsverhältnis denn das ist hier immer noch okay aber es ist eben nicht so überragend wie bei den meisten anderen playtif sets allein wenn man sich überlegt man hätte bei lucky look die bank für denselben preis bekommen und die bietet zumindest von der verpackung vom äußeren erscheinungsbild und vom spielwert noch mal mehr als diese postkutsche und wenn die dann gleich eingepreist sind dann kann ich mir gut vorstellen warum die postkutsche dann eher liegen geblieben ist und wir müssen nicht mal unbedingt von dem wert bei playtif bleiben es ist noch nicht so lange her als kid land seine pforten wieder geöffnet hat sehr sehr cooles projekt weiterhin und wir haben uns da zum beispiel die tier packs angeschaut und da gibt es für sieben euro kosten ja diese tier packs auch ein tier pack mit zwei pferden und noch ein paar extra stein das sind 80 teile jetzt können wir das mal hochrechnen kid land ist jetzt nicht die billigste marke sie sind nicht sonderlich teuer aber es ist natürlich klar dass kid land als kleinere marke deutlich deutlich schlechtere einkaufspreise hat als es so ein großer konzern hier hat und deshalb sind die kid land sets ja durchaus doch noch etwas teurer eingepreist als andere playtif clippy sets und wenn man das auch hochrechnet dann könnte man sechs pferde die man auch ordentlich nutzen kann weil da sind sattel dabei und steine zum ausfüllen der pferde und man hätte noch diese reitspurt sachen zum aufbauen was vom spielwert meiner meinung nach ziemlich ähnlich mit diesem set hier ist der einzige große unterschied ist da wie ich finde dass hier noch zwei figuren dabei sind aber auch zu den figuren werden wir dann noch kommen und ich muss sagen ich hätte da eher zu den kiddie craft sets gegriffen und das obwohl man ja auch noch bedenken muss dass gerade kleine sets und polybags sind ja die kleinsten sets die man so rausbringen kann auch eigentlich nochmal auf die steine teurer sind als große sets was für mich in dieser betrachtung den vergleich noch etwas schlimmer für playtif macht soviel zum punkt warum es zumindest meiner ansicht nach im laden sehr sehr liegen geblieben ist aber davon abhängig haben wir ja auch schon ein paar problemchen und schwächen von dem set durchgesprochen gerade mit dem gespann hier vorne jetzt schauen wir uns mal noch die kutsche näher an und ich habe ja schon gesagt die konstruktion der kutsche hat mir gefallen aber auch die hat auf jeden fall ihre probleme das erste problem sind hier die sticker das dicker dabei sind bei einem spielset alles in ordnung aber der einsatz der sticker ist hier sehr schlecht gelungen wir haben die transparenz sticker die ja schon eher die günstige alternative das dicker sind dann haben wir hier ein sticker über zwei steine dasselbe spiegel verkehrt auf der anderen seite hier haben wir ein sticker über vier steine hier hinten haben wir ein sticker über zwei steine und wir haben hier oben die sticker und gerade dass so viele sticker über mehrere steine gehen finde ich absolut nicht optimal gelöst und das ist für mich ein kriterium was für mich sticker richtig schlecht macht man kann dem set aber geben man hätte die sticker auch weglassen können das hätte dem set nicht sehr viel an außenwirkung genommen was ich bei der kutsche sehr schön finde wir haben türen die man öffnen kann und ja man muss das leider schon hervorheben wir können hier hinten auch die klappe öffnen als so eine art kleines geheimversteck und ich mag es dass auf der kutsche richtig das leben tour wir haben hier flaschen gläser eine pfanne ein fass ein ich nehme mal an lasso und da ist richtig was los für die setgröße das finde ich cool jetzt kann man ja das dach abnehmen und dann hat man erwartungen für das innere der kutsche und die ist dann sehr sehr leer und ich finde da hätte man mehr rausholen können und das sind für mich auch wieder die letzten meter die man hätte gehen müssen um am ende das set in der platte clippies welt zu verargumentieren dass es in dieser preis stufe ist und das ist schade weil die kutsche an sich finde ich wie gesagt echt cool jetzt haben wir schon so lange über das set geschwafelt jetzt schauen wir uns noch einen weiteren grund an bei dem man sagen könnte ja aber deshalb ist das set auch mehr wert denn es sind figuren dabei und da muss ich leider widersprechen denn es ist denke ich nichts neues mehr für euch die lucky luke figur ist eine mittlere katastrophe vom körperbau auch wenn ich die bedruckungen in ordnung finde das gesicht nicht unbedingt und dann haben wir die hank bully figur die ist vom körperbau dann schon etwas besser getroffen als luke auch hier ist die bedruckung völlig in ordnung aber viel reißen die figuren für mich nicht raus bei der lucky luke figur würde ich sagen leider echt ein flop bei der hank bully figur das ist mal noch okay spielen kann man damit allemal dann haben wir noch einen title trainer ich glaube ist uns allen klar dass das nicht so viel beim preis ausmacht und dann haben wir noch ein paar steinchen als ersatz vor allem haben wir dabei zweimal diese pins hier und wir hatten ja auch nochmal zwei pins in einer tüte einzeln verpackt die pins sind lustigerweise mit friktion die die dann verbaut werden ohne friktion hier hat wahrscheinlich playtif am anfang die falschen pins reingelegt und dann haben sie das aber noch mal schnell korrigiert denn das hier ist auch ein set vom marktstart also gibt es da entwarnung und man hat zumindest noch zwei kostenlose pins wenn playtif sich hier irgendwo vertan hat jetzt haben wir natürlich über dieses kleine set schon lang genug gesprochen und wir haben sehr sehr viel über den preis gesprochen was ich ja für gewöhnlich nicht mache wenn der preis immer noch angemessen ist und das ist er hier auf jeden fall noch aber in der playtif clipys welt ist es nicht gerade der beste deal den man haben kann und auch generell bei den lucky luke sets muss ich sagen ist es das set was mich am wenigsten überzeugt hat weil es an einigen ecken gehakt hat viele kleine ungereimtheiten drin sind und man es schon mit kleinen sachen hätte aufbessern können und diese extra meile ist leider nicht gegangen worden wer jetzt noch ein paar teile zum aufpimpen zu hause hat für den ist es natürlich trotzdem was wenn er auf das set an sich steht aber es ist jetzt keine super kaufempfehlung von mir und ich hoffe auf jeden fall dass die großen sets die wir uns noch anschauen werden dann noch einmal etwas besser performen wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valley prick aus